Musik Bei Coop kauft man gerne ein, weil die Auswahl gross ist. Und gerade bei der Körperpflege möchte man ja ab und zu etwas Neues probieren. Wie zum Beispiel die hochwertigen Körperpflegeprodukte von FAH mit dem unvergleichlichen Parfüm aus Limonenöl. Darum gibt Ihnen die FAH Körperpflege die wilde Frische von Limonen, Frische für einen ganzen Tag. Das FAH Dusch ist hautschonend dank der milden Wirkstoffe und prickelnd frisch. Mit dem mild pflegenden FAH Soft Shampoo können Sie die Haare waschen, so viel Sie wollen. Das FAH Schaumbad mit dem hutschonenden Wirkstoffe belebt und erfrischt. Der FAH Deo Spray mit der wilden Frischung gibt Sicherheit für den ganzen Tag. Und die belebende FAH Seife ist hautpflegend und mild desodorierend. Sie sehen, die COOP bietet Ihnen auch bei der Körperpflege die grosse Auswahl von den grossen Marken zu den günstigen COOP-Preisen. Jetzt aktuell in Ihrem COOP-Laden die verschiedenen Vakuumverpackten Viando-Fleischwaren. Zum Beispiel Rohschinken per 100 Gramm nur 3,55 €. Und bis zum nächsten Dienstag gibt es bei COOP 400 Gramm Goldstarr Vanille Rahmglassen für nur 1,95 €. Naturell Shampoo für 2,20 €. Drei Beauty-Seifen für 2 Franken und ein Fahdusch für 2,70 €. Und noch morgen, übermorgen und am Samstag, 1 Liter Äpfelsprudel nur 75 Kappen statt 95 €. 1 kg Reginatrauben nur 1,50 €. Und hier noch der aktuelle Preisschlager. Bei COOP gibt es jetzt Fixlinntücher in verschiedenen Grössen und Farben von 20 bis 35 Franken. Auf Wiedersehen bis am nächsten Mittwoch um die gleiche Zeit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017